hey pass mal auf jetzt wieder runter hier so reicht das dann nämlich schon so hey der muss ja nicht zu viel ne genau so pass mal auf und ab hier kommt nämlich dann schon das mit denen plasterstein genau sehr schön so wunderbar wunderbar so was das schluss geht nämlich dann so wenn ihr nämlich da bis hierhin geht so pass auf da wird man nämlich dann das mal auf hier machen wir schon pflasterstein genau was raus damit da würde ich mal sagen gehts ab hier los mit pflasterstein genau also ab raus damit so heute tatsächlich noch diesen aufstieg fertig ja cool freue ich mich richtig echt so sehr schön sehr schön sehr schön so ok also wo wir stehen geblieben cod ist nicht mehr das was einmal war ne aber was gibt es sonst noch so für spiele auf die man sich so freuen kann jetzt also für mich ist auf jeden fall eines der top highlights worauf ich mich auf jeden fall freue das ist nächstes jahr uncharted 4 also ich muss ehrlich sagen am anfang konnte ich mit dem spiel nie wirklich was anfangen bis ich irgendwann mein kumpel mal gesehen habe wie der erst richtig schon am spielen ist ja wo ich mir halt gedacht habe eigentlich ist das ja ist ja gar nicht schlecht ist eigentlich doch sieht das doch total cool aus ja und ab da ist auch passiert ab da war man absoluter uncharted fan das war ja auch so ja 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 doch so ich gehe mit dem fackel hier das reicht nämlich dann auch und wobei die ist wahrscheinlich ein bisschen überflüssig die bräuchten nicht unbedingt ne ja ich könnte natürlich auch hier ein staunzahn äh steinzahn aber nicht ja pass mal auf äh du kommst mal weg hier und du kommst mal her so pass mal auf du genauso das gefällt mir auch gar nicht im grunde eigentlich äh äh so pass mal auf machen wir einfach mal so hier zack fertig so so ist das nämlich dann auch schön und so reicht das nämlich auch von der beleuchtung her so ist das nämlich dann auch schön und so reicht das nämlich auch von der beleuchtung her so pass mal auf hier raus hier wunderbare beleuchtung kann man auch wunderbar rund umblicken so so hier geht es dann nämlich dann einfach nur noch rauf so und hier hat man gesagt gehabt wir mal jetzt hier den äh äh cobble stone so so hopp 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 da zack ach dann das echt mal so ruhig zu gestalten das freut mich auch so hat man ein bisschen was geschafft hier hopp hopp so also den aufstieg bis oben hin zur Hütte wollte ich jetzt auf jeden Fall machen ne also da gut okay ich wollte zwar eigentlich auch nochmal ich weiß ich hab gesagt ich geh nochmal betteln oder so aber naja gut okay das ist äh also ab so und pass mal auf und zwar jetzt hier die Fakulten hier hin dann machen wir diese Seite hier so hier eins zwei drei hier 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 eins zwei drei so so ich nehme mich raus hier weil die sind dann überflüssig das muss man ja ganz klar sagen ne hopp 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 jetzt können wir durch die Seite hier rausklappen fangen wir am besten oben an warum keine ahnung eigentlich ist egal aber wir machen es einfach so ja was damit hopp so mal gucken was machen wir hier oben steilen eigentlich müssen wir schon so einen steinzaun machen ne so hm hm so so äh die brauchen wir gerade nicht ne die können wir sie lassen so 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 guckst du aber raus ja hopp 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 sehr schön sehr schön hopp 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 zack ach sehr schön eigentlich ist das noch mal fertig also kann ich mich echt nachher schlafen legen oh 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 und hab wirklich so ein bisschen das Gefühl so hey ich hab ich hab da eigentlich jetzt mal vor ich bin vorangekommen gell so kennt ihr das eigentlich auch wenn ihr bei Minecraft spielt und ihr legt euch hinterher schlafen und halt als die ganze Zeit nur Gedanken daran so was könnte man noch bauen was könnte man als nächstes machen ne da kommt da manchmal eigentlich nicht so ne also geht's mir zumindest ich weiß nicht was bei euch auch so ist dann so hopp so naja so ja so passt mal auf jetzt mal weg hier und die hab ich gar nicht mehr ne Okay, wollen wir jetzt hier wieder Steinstufen setzen Äh, ich meine So, hier das mal nicht, ne Dann hier einen Holzzaun Oder machen wir hier nur mal einen Holzzaun Können wir vielleicht auch nur mit Holz machen, ne So, probieren wir einfach mal Wo setzt man dann hier den Maum dann am besten hin Ah, ist egal, sonst nehmen wir hier noch mal was hoch Das wollen wir hier irgendwo hin machen Das kleinste Problem So So, pass mal auf Dann machen wir einfach mal so, ja Dann faggeln da hin Ist schön Ja, was damit? Ja So 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 Un- So Zwei Drei So Sehr schön Mmh So So Dann hab ich hier oben, ne Dann müssen wir sowieso gucken, wie wir das hier oben machen, ne Das wir denen vielleicht so die Erde vielleicht hier nochmal so hochziehen dass wir den Zaun dann wirklich bis zu diesem Baum hier machen dann kannst du da sowieso mal sehen wie wir das machen hmm wir können mal hier hochziehen oder hier auch hopp und dann hier lang bis dort so genau wo wir nämlich dann dort sind geht es ab diesem Baum dann wieder weiter hmm hmm so pass mal dann so bis hier hinten oder so hmm na gut sehen wir dann pass mal auf erst mal müssen wir sowieso die Stufen brauchen wir auf einmal müssen wir das eigentlich denn doch ähm erst mal einmal müssen wir ganz waghalsig runterspringen hopp aua hmm hopp so 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 ab 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 sehr schön genau so hat man gesagt gehabt dann mach mal ab hier ne ab 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 ab